Ich habe heute die wundervolle Aufgabe, einen Videopodcast zu machen, ein Interview. Und zwar geht es um die Veröffentlichung eines Musikvideos mit dem Titel Pastinaken Polka von und mit dem Künstler Eko Meinecke. Und der ist mir jetzt direkt zugeschaltet per Video. Hallo Eko! In diesem Zug, dieser Emotionalisierung werden einfache Lösungen gesucht. Und die einfachste Lösung ist immer quasi einen Sündenbock zu finden, der sich dann auch nicht wehren kann. Das an allem schuld, die Pastinaken sind. Pastinaken ist eigentlich im Prinzip quasi das Joker-Wort für uns oder für alle. Du bist quasi, das habe ich auch nicht gewusst, einer der Helden meiner Jugend. Du bist der Super-Perforator. Ja, der Super-Perforator, den habe ich gesungen. Ein Klick und... Übrigens, das ist der Tiere.